Ja, ich frage mich, wie viel die wert ist. Hallo, da hinten. Ach, hier sind ja noch mehr Leute. Oh je. Achso, nichts geht über Geld, Herr Jod. Eine Rumpflasche wurde umgestoßen. Wundervolle dunkle Flüssigkeit schwappt aus ihr heraus. Das sugary black rumstain on the counter macht dich teary eyed with joy. It's almost touching our syrupy and sticky it is. How long have you been up already? Nicht jetzt, ich will nüchtern bleiben. Oh, excuse me. Do you have something better to do than lust for sweet syrupy rum and lemonade? With a twist of lemon? Maybe lime? Maybe who cares? Just rum? Ich schließe den Gedanken ab. An dem Tisch schläft ein Mann, der schlammige Stiefel und einen halb heruntergelassenen Arbeitsanzug trägt. Auf seinem Rücken steht Wild Pines. Der Schriftzug ist Teil eines kreisförmigen Logos mit einem Baum. On the counter rolled out of his open hand, you see a blister pack of headache medicine. Hmm. Ist ein Problem wenn ich die Pillen nehme? The man does not mind. You probably need them more than he does. Ja. You've just picked up some Magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the screen above your character portrait. Use Magnesium to heal your morale if you have morale damage. Das weiß ich schon. Okay, wir können mal versuchen, ihn aufzuwecken. There is only one way to awake this bone idol from his slumber. Roar like a hurricane. Riepe the buildings from the earth. Ich gebe keine Worte von mir, nur ein Urschrei. Why the yelling man? Der Mann in den 30ern hebt langsam den Kopf und betrachtet dich nachdenklich. Sie sind am Leben. Ich dachte, sie hätten den Löffel schon abgegeben. Wait, what? I was just sleeping. What do you want, Officer? Officer, even after a rude awakening, this dock worker respects the police. More than they usually do at least. Was ist mit der Leiche im Hof? Yeah, what about it? Versuche nur herauszufinden, was sie darüber wissen. You know, people die hier jeden Tag sterben. Someone's found in a ditch. Another one falls in a manno. A third one gets eaten by straight dogs. If someone has decided to die on top of a tree, then how is it my concern? Jemand muss dazu Ermittlungen anstellen und es sieht so aus, als ob ich dieser jemand bin. Sagen Sie mir also, was sie wissen. Oh, ich kann dir das erzählen. Trouble's head. Es gibt bereits Ärger, oder wie würden Sie es nennen, wenn ein Tot an einem Baum baumelt? They say your guy was a killer, your tree man. He has friends, same as him, colors. There is only one thing they know well, how to wreak havoc. Moment, wer sagt das? Everyone. It's a local rumor. Okay. Meaning, you're not gonna get more out of me. Wollen Sie sagen, dass es hier zu Handgreiflichkeiten kommen könnte? You heard what I said. Draw your own conclusions. That's all I know. And I prefer to keep it this way. The lieutenant gives you a little nod, then makes a note in his blue notebook. So union people think he was a killer, he thinks. Even sleepy hair. This doesn't help a lot, but it's something. Good work, detective. Also hat die Gewerkschaft wohl was gegen ihn gehabt? Erzählen Sie mir von Wild Pines. Ich zeige auf die Aufschrift auf seinem Arbeitsanzug. That's the name of my employer. I work in logistics. He doesn't sound too enthusiastic about this. Und wie läuft das so? How's it going? Der Hafenarbeiter gähnt lange und starrt dann auf die Terrassentüren der Cafeteria. Einem Glas funkeln ein paar Fingerabdrücke. Haven't you noticed, what's going on outside? Natürlich, ein totaler Affenzirkus. Wer hat den Streik organisiert? Heißt das, es gibt keinen Anführer? Okay, I guess there is also Everard. He's in charge of the union. He's smart. Knows how to negotiate. He's got our back. Warum schlafen sie hier während die anderen da draußen streiken? They got it. Measurehead's got it. He's guarding the gate. I just getting some sleep. Nor was. Hm. The way he says, Measurehead implies ultimate trust in this head reckoner's physical prowess. Verständlicherweise. Ähm. Ist in ihrem Traum was Interessantes passiert? Thank God no. Sagen Sie mir, war es eine Wonne, frei von Ex-Jemanden? The worker stares at you. His eyes dry from sleep. A web of wrinkles covers his tanned forehead. I don't know what you're talking about, kind sir. But when I'm out, then I'm really out. No ex-anything. Just quality time. I'm out. A little me time in the abyssal pelagic zone. You can never return to it now. Only detective work remains. Wakefulness and detection. Warum auch immer ich jetzt nach dem Rumpf frage. Ist das ihrer? Indeed. Help yourself to some... Wait. No. Ah, it's empty. Sorry about that problem. Ist kein Problem. Na gut, ich lasse sie mal schlafen. The dock worker doesn't answer. His head is already back down on the table. In sweet sleep. Gut. Ähm. Oh Gott. Mann, immer dieses Speichern. Geht da das gleiche? Sommertür, es wird den Winter geschlossen. Aha, das ist die Sommertür. Gut. Was ist die Küche jetzt auf? Oh Gott. Viel zu tun. Gehört der Müllcontainer hinten im Hof Ihnen? Nein, nein. Es gehört zu den Whirling in Rags. Danke für die Entdeckung. Warum hältst du den Container locken? Warum? Weil die Hobos und Drunks rauskommen. Das ist ja. Und die Nachbarn, auch. Sie legen ihre Träume da und sie nicht für die Brüderkirchen. Was ist das nur für ein Gefühl? Produkte ihn und find out. Ähm. Ähm. Nein. Wir brauchen diesen Schlüssel. Und was braucht ihr sie für? Es geht um die Gäse. Bitte, cooperate. Ja, bring sie zurück, wenn ihr fertig seid, bitte. Okay. Perfekt. Äh, Gatti. Gatti? Gatti, mir ist hier im Whirling eine Sache aufgefallen. Eine Sache, über die ich mit Ihnen reden muss. What thing? Ich habe ein Schild gesehen auf dem Stand, dass die Kantine für die Gewerkschaft reserviert ist. Yes, not the whole damn Union, thank God. Just the nastiest and loudest faction. Er wirft voller Verachtung den Kopf zurück. They come here in the evenings, dumb, unruly types. Think they're big shit. Look, they're good customers. They place big orders and always pay on time. Danke für die Anspielung. He hates the Union, but grudgingly recognizes its power over him. So he's directing his frustration at you instead. Retaliate. Du gehst nicht darauf ein. Grundlose Provokationen hast du nicht nötig. We should find out who this loud faction is, occupying the booth. Loudness means talkative and we need info. Der Lieutenant nickt dir viel sagen zu. Wie wollen wir sie finden? We don't. We have to wait. They'll show up sooner or later. Men get hungry. Even men on strike. Gut. You glance at the clock on the wall behind the manager. Huh. Es ist nach 16 Uhr. Auf dem Schild stand ein Lass 16 Uhr. Warum isst noch niemand in der Kantine? Good question. Er wendet sich dem Cafeteria-Manager zu. They're probably getting drunk or protesting something somewhere. Or laying low after the, you know, lynching. Whatever he may feel about you, he can't miss the opportunity to throw you a look of what he assumes is sheer understanding. Go with it. Ja, ich glaube, ich verstehe sie. Ja, ja. The Union guys think they're untouchable. They probably fucking killed that guy or something and now think they can hide out till it all blows over and it's fair weather again in Martinet. Hm. Hm. I have a feeling we'll make their acquaintance sooner or later. Auf jeden Fall. Wollte sie noch etwas anderes fragen? By the way, you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in the whirling later. Okay. Ähm, übrigens werde ich hier Karaoke singen. Absolutly out of the question. You wait and see, Cafeteria-Manager. Absolutly in the question. First we find a sad banger. Then we sing this place to shit. Jawohl. Auf Wiedersehen. Hier ist jetzt auf. Kommen wir da noch irgendwo Besonderes hin? Oh. Oh. Ich liebe diese Tür. Der Geruch von Gewürzen, Alkohol und Tomaten hängt in der Luft. Die Teller trocknen. Sie riechen nach Chemikalien und Kiefern. Was ist das? Was ist das? Ah, Geld. Kann ich das einfach so nehmen? Klar. Wahrscheinlich die Kaffeekasse von den armen Mitarbeitern hier. Hello. A thin man is smoking below an exhaust hood. Occasionally sipping from his mug. This must be the whirling's cook. As you step in, he nods toward the table and says something in a completely foreign language. The only words you can make out are Garancy and Kubek. It must be his name. Garancy. Garancy, Kubek. Sounds representative. Ich glaube nicht, dass das sein Name ist. Guten Tag, haben Sie Zeit für ein paar Fragen? The man puts his cup down and replies something. His left hand drawing arcs in the air. Sie haben hier ja ein paar beeindruckende Töpfe. He smiles and bangs his ladle against each of his pots in turn. Das war dann wohl alles. Bleiben Sie männlich. Sympathisch. Und gut, ich würde gerne hier durch. You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. You immediately feel drawn to the color. Blue is for mystery. Ich drücke gegen die Tür. The door does not budge. Ich möchte wissen, wo diese Tür hinführt. You do? It's a door in the back of the kitchen. Why do you care where it leads? Ja, weil vielleicht kommen wir darüber in den Hafen oder so. Außer Betrieb. Vielleicht finden wir etwas, das für die Ermittlung relevant ist. Die Tür und die eigentliche Ermittlung werden zu einer Stereo-Ermittlung verschmelzen. If you say so, Gart is the person to ask about this. The cafeteria manager. Ja, ja, ich weiß. Ich berühre die Tür. The cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel door is flush with its frame on every side. Can I help you? Äh, ja. Another thing. Great. I love those. Hinten in der Küche befindet sich eine geheimnisvolle blaue Stahltür. Oh, yes. That door. Sure. There's nothing mysterious about it. It's just a door. Wissen Sie, was sich dahinter befindet? Verfügen Sie über... No, I don't have a key. I don't know how to get there. And I don't care either. It's not like I've been wondering about it for 10 years. It's just a fritt warehouse probably. Wie kann das sein, dass du der Manager bist und keinen Schlüssel dafür hast? Or some boring storage space with a bunch of old junk and dust. Junk and dust. Er schreibt mit seinem Finger über die Idee, um zu prüfen, ob sie staubig ist. He's attempting to maintain an air of indifference. It's absolutely not convincing. Ich glaube, Sie wüssten gerne, was sich da hinten befindet. Fine, okay, a little. But my job doesn't leave me time for wondering about one locked door in one of the cafeterias I manage. So, I haven't opened it. I have cleaned the whole place a hundred times over, though. After the animals. And I haven't found a key, so good luck with that. Hm. Na gut. Yes. Vielleicht finden wir irgendwann einfach mal einen Schlüssel oder so. Die Werkschaft ist noch nicht da. Versuchen wir mal vielleicht, ja, entweder zum Funthouse oder zum Hafen zu kommen. Sie hat ja gesagt, über den Platz. In einem Band dieses Buches zieren eine Rose, eine Pistole und eine halbnackte Dame. Auf dem Umschlag ist ein von Flammen umgebener, überaus muskulöser Mann abgebildet. Ein Hundert für Romane hier. Wie ist es ein Buch über Pasteten? Dieses Buch, du verstehst nicht so recht, worum es darin geht und es erscheint dir auch nicht wichtig. Ein Buch über die Kultur der Boaideros. Es rät zur Freiheit und empfiehlt das Glück, ich war zu langsam, ein Buch über die Zukunft, in der die Regierung mittels Funktechnik die Gedanken der Bürger liest. Hm. Okay. Aber das ist nicht der Pfandladen. Ich glaube, wir sollten erstmal weiter gucken. Oh, hier sind Flaschen! Da ist eine Tüte. Das ist meine Tüte. Meine Tüte. Geil. Sehr, sehr gut. Wir mussten auf jeden Fall die Tüte ausrüsten. Tüte und... Nein. Tüte. Da. Cool. Jetzt werden Flaschen gesammelt. Gibt aber nicht so viel her, ne? Was, 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 was? Ich höre das entfernte Geschrei von Seevögeln. Was ist das? Eine Gabe von Einschusslöchern zieht sich über die Mauer. Kann ich die Kugel irgendwie hier sehen, ne? Äh... In der Anzeige steht Fenster kaputt. Tipps schafft Abhilfe. Was ist das? Äh, Richtung Kreisverkehr Nord, Richtung Capeside Apartments, Brutsanleger von Martinez. Ist da irgendwas? Gar nichts. Wo komme ich denn hier hin? Ein einsamer Chromoran blickt aufs Meer. Bei deiner Annäherung bleibt er völlig ungewürgt. Warte, was ist das? Da! Halt, stopp! Sammel das! Das auch. Ah, das wurde mir... doch, das wurde mir wohl angezeigt. Nehmt... Oh, hier geht's... rein oder nicht? Tatsächlich. Aha! Jetzt sind wir hier. Was ist das? Wo? Wo ist dieser Pfandladen? Hm. Na, keine Chance. Wo ist dieser Pfandladen? Ist überall Zeugs? Staschen. Rüdescent Gislaine, Kreisverkehr Nord, ja. Capeside Apartments. Oben ist eine junge Frau. Hat sie die Farbe verschüttet? Hä? Oh. Interessant. Ist das besser als meine Jacke? Drückes Tune. Ich finde mein Outfit fantastisch. Hier drinnen siehst du ein zerlegtes Motorrad samt Werkzeug. Äh, sie? Reden sie mit mir? Oder was? Sonst... ... Vielen Dank.